Das war super gut! Ja! Ja! Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spielevideo. Heute spielen wir Tabu in YouTuber-Version. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen krank. Ich bin hier im Wintercamp, das ist ja auch typisch. Winter und krank sein. Mit dabei sind der gute Torge, Cookie Bui und der Clemens von Clemens Alive. Und ja, ihr kennt alle Tabu? Kennt ihr auch Tabu? Also ich erkläre das nochmal ganz kurz. Wir haben hier ein paar Begriffe, die alle irgendwas mit YouTube oder so zu tun haben. Und ja, jeder von uns muss einmal einen Begriff oder mehrere Begriffe auf Zeit erklären und darf ein paar Wörter nicht benutzen, die stehen dann auch da mit drauf. Und ja, ich bin mal gespannt, wer hier der beste Erklärer ist. Und ich würde sagen, fangen wir mal an, ne? Let's go! Also, ähm... Hund, Katze, Maus! Einmal im Jahr ist das. YouTubers-Rappen! Video-Day! Perfekt! Ähm... Schnell, schnell, schnell! Ja, da gab's mal so einen Rap zu. Den haben immer ganz viele gesungen und der ging... Das war von einem Amerikaner oder von einem US-Typen. Ähm... Also den haben... Den haben die ganzen... Ähm... Die haben die ganzen Menschen auf YouTube gesungen. Und... Also zum Beispiel Mr. Trashpack und Chan und... Ähm... Ein Rap von einem Amerikaner. Ja, ja, genau. Und da geht's... Da geht's sozusagen um das... Ähm... Weil... Kannst du weitermachen? Ja, ja. Mach mal da. Keine Ahnung. Okay, ähm... Das ist eine... Das ist eine... Ähm... Art von Videos. Ähm... Wo es... Wo es nur dabei rum geht, ähm... Ähm... Jemanden zu... Let's Plays! Und... Zeit ist vorbei! Scheiße, mit zwei! Los geht's! Ähm... Wenn du auf YouTube bist, das allererste, was du siehst, ist... Äh... Die... Die Startseite! Ähm... Wenn du zu Hause bist, das allererste, wo du reingehst, ist das... Äh... Ads? Äh... In die Toilette? Nein, ey komm! Wir sind alle ganz präsent im... Internet! Wichtig! Das gibt's dazu! Ja! Äh... Darf ich irgendwo hinzeigen? Nein! Nein! Okay, okay. Nur erklären. Ähm... Boah, das ist nicht hart, äh... Was? Wie soll ich das erklären? Moment, Moment, Moment! Moment, Moment, Moment! Äh... Das Gegenteil von Hart... Weich... Sweet... Auf Englisch... Auf Weich... Plus... Ah... Ich darf ja nicht zeigen... Ähm... Von Amazon bekommst du eine... Okay, das ist echt zu schwer, das kriegt... Das kriegen wir nicht hin... Äh... Okay... Und, und, und... Stopp! Okay... Auch nur zwei, oder? Stopp! Ja, wie soll ich das erklären? Äh... Aber bei der Startseite stand so... Ähm... Erstmal... Scheiße... Verbargt... Scheiße... Verbargt... Aber die ersten mal sagen... Das wäre ganz schweres... Also... Und... Los! Es gibt einen Typen... Einen ganz bekannten YouTuber... Ähm... Er... Tutorial... Richtig... Also... Tutorial... Ähm... Wir sind hier... In der... Der... Köln... Und da sind auch YouTuber drin... Die heißen... Das sind so drei... Drei Leute... Ähm... 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 Achso... Ähm... 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 Du hast Probleme mit deinen... Abonnenten... Da kommt sowas super gut... Ähm... Ähm... Da sind wir alle drauf... Ähm... YouTube... Internet... YouTube ist richtig... Ähm... Da sind wir... Ähm... Also... Raum... Tisch... Achso... Ähm... Mach schneller! Die... Die ApeCoin... Scheiße... Mach schneller! Kriegst du was hin! Ein Spiel, was super geil ist... Ähm... Das war echt... Problem... Vier... Vier Stück... Okay... Drei... Zwo... Eins... Fähne... Scheiße... Der ist heute... Der gehört hier eigentlich auch mal mit zu zu der Truppe... Der war heute aber nicht hier... I'm Ladi LeFloid... Nein... Herr... Auf Englisch... Durch... Entschuldigung? Herr auf Englisch... Das ist kein Müller... Ähm... Mr... Sir... Ähm... Mr... Müll! Mr... Mr Müll! Frashback! Ja! Ähm... Verdammt... Ich wollte es gerade sagen... Ähm... Ja, der ist auch bei Youtube... Der ist auch hier... Und der gehört hier auch zu den Gründervätern... Dieser ganze... Christoph Kracher... Genau... Ähm... Und vor jedem... Das ist ein kurzes... Ähm... Nochmal... Ein Cut... Bevor du ein Video... Bevor ein Video startet... Hast du vor dem Video noch... Drei, vier Sekunden... Bevor das in ein... Intro! Ja! Ja! Auf vier? Auf vier! Ja! Und wir sind alle gleich gut! Auf die Plätze! Fertig! Los! Okay... Eine... Eine Frau auf Youtube... Mit... Großen Brüsten... Sex Julia! Nein, Mrs... Vlog? Richtig! Also... Nein, nein, nein... Der letzte Teil... Richtig! Ähm... Ein... Ein... Eine... 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 Ein Programm... Bei dem jetzt... Letztens auch... Leute gewonnen haben... Die gestern... Noch hier waren... Aber dann jetzt leider... Dorthin reisen mussten... In die Stadt... Weil sie dieses Programm gewonnen haben... Richtig! Ähm... Ein... Typ... Der auch gestern da war... Mit langen... Schwarzen Haaren... Und... Und... Richtig! Das andere Netzwerk... Mit dem... Mit dem... Mit dem Vögelchen... Ach... Kein YouTube-Leist-Vögel... Nein, nein, nein... Hier... Richtig! Äh... Kenne ich nicht... Achso... Doch... Natürlich... Ähm... Stopp! Oh... Puh... Boah... Das waren... Fünf... Das waren... Fünf... Oh... Okay... Jetzt ist... Äh... Der... Der Ende dran... Äh... Oh... Jetzt schon! Oh Gott! Ähm... Favorisieren... Und... Was kann man noch machen? Teilen! Und? Äh... Frau... Nee, nee, nee... Camcorder... Ist... Eine... Aufnahmegerät... Medien... Digitale... Anderes Wort... Anderes Wort... Anderes Wort... Für was? Für Camcorder... Camcorder... Kamera! Richtig! Wow... Ah... Boah... Das geht ja gar nicht... Sexy Julius... Nee... Ähm... Gegenteil... Von dem... Was wir jetzt... Wo wir... Unsere Sachen machen... Das Gegenteil... So etwas anderes... Ausbildung... Schule... Äh... Das... So ähnlich wie das... Was wir jetzt machen... Auf dieser... Doch... Auf einer anderen... Das sind so viele Wörter... Das ist so... Kleiner... Ja... Zeit ist vorbei... Ah... Okay... Ähm... Es gibt... Ähm... Videos im Internet... Ja... Aber wenn man noch... Äh... Deine Oma... Die schaut nicht im Internet... Fernsehen... TV... Ähm... Wenn du... Äh... Zum... Zum... Video... Scheiße... Ja... Äh... Ein... Ein... Es gab früher Telefonzellen... Heute gibt es... Äh... Heute gibt es... Heute gibt es... Geil... Ja... Ne... Achso... Handys... Smartphones... Ja... Ja... Ähm... Die... Ah... Ähm... Ein... Unternehmen... Das... Uns allen Probleme bereitet... Vor allem... Gema... Gema... Du darfst Drecksverein nicht sagen... Guck mal an... Mach schneller... Das sind zwei... Äh... Jungs... Die Außenseiter... Nein... Äh... Die sind noch relativ jung... Und die machen Musik... Ähm... 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 Da wurde auch mal Werbung für gemacht... Das ist... Ein Getränk... Das ist rausgekommen neu... Äh... Energydrink... Nein... Das ist... Das wurde auch bei McDonalds verkauft... Äh... Bubble Tea... Ja... Was ist das denn? Ja... Mach's weg... Du kannst eine Sache weg... Okay... Oh... Der... 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 Lauter Abonnons... Friedrich fast immer hast glaube ich... Aber man hat sich über den gesehen... Zerdas Mundschuh... Nein... Der ist auch... Ja... Ähm... Das ist auch ein Ding mit dem Vogel drauf... Ähm... Twitter... Was ist das? Da sind ja Sachen doppelt dabei... Warte, warte, warte... Ähm... Darf ich einen weitermachen? Ja... Ähm... Oh fuck... Ähm... Komm... Das ist... Ein Game... Was ist das? Minecraft... Ja... Da kannst du... Kannst du Begriffe eingeben... Google... Ja... Weiter... Den hatten wir schon... Komm... Komm... Der hat jetzt grad ganz großen Erfolg... Seit letzter Zeit wieder... Ein YouTuber... Oh... Nein... Weiter... Jaaa... Jawohl... Komm da rein... Ähm... Oh fuck... Wir haben voll viele geschafft, man... Er kannte gut... Google... Hallo... Er kannte YouTalk nicht... Dann, äh... Kommen wir jetzt zur Auszählung... Also... Clemens hat... 14... Ähm... Torge hat... 16... Sehr... Andy hat... Auch 16... Und... Ja... Ich habe auch... 14... Das heißt... Torgi... 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 Torgi und Andi... Torgi und Bandraff... Teilen sich den ersten Platz... Und Clemens... Das weiß... Der hat eben gemacht... Das hat auch... Das weiß... Gutes Spiel... Zweiter Platz ist eh viel geiler... Ja... Ja... Vielen Dank fürs Zuschauen... Ich hoffe euch hat's auch Spaß gemacht... Und es war ziemlich cool eigentlich... Ähm... Schreibt mal in die Kommentare... Ob ihr das öfter machen sollen... So Tabu... Mit... Ähm... YouTuber... Und... Auf uTalk... Dem... Den... 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 Dem... UTalk, liebe Leute... Der... Abonniert... Ja... Abonniert uTalk... Ja... Also... Metrolix ist der Kanal... Aber egal... Ja genau... Ihr wisst ja wo ihr das gerade schaut... Wir... Du machst es nicht besser, ey... Du machst es nicht besser... Ja... Leute... Der der Torge kommt auch irgendwann nochmal in die Sendung... Und dann kennst du das... Äh... Ja... Vielen Dank fürs mitmachen... Wir sehen uns im nächsten Video wieder... Tschüss... Bis dann... Das ist die Ende... Bis dann...